Ich hab einen. Hab einen. Hast du auch ihn geholt? Digga, der hat 10 Minis! Nein, ich hab keinen geholt. Ich hab ihn nur zum Tanzen gebracht. Egal was. Einfallen lassen, wenn ich einen Kill mache. Wir müssen wahrscheinlich keinen Kill machen. Ja. Wir müssen einfach die ganze Zeit dabben, Alter. Wenn wir Kill machen, wir müssen komplett rein dabben. Ach die Scheiße. Wenn ich dann das ganze Teilnehmerfeld hab. Ich muss ja irgendwie... Ach du Scheiße. Wie funktioniert denn sowas? Ich weiß noch, als ich PUBG mitgespielt hab, Alter. Man geht die erste Runde los. Ungefähr 10, Viertel nach, 20 nach. Wir haben noch nicht eine Runde zusammengespielt, Freunde. Noch nicht eine einzige. Aber wir haben uns super vorbereitet auf jeden Fall heute. Ja, Mann. Bruder, bist du bereit? Ich bin bereit. Es wird Zeit, wieder ein paar Mütter zu ficken. Ach Gott, Leute. Alter, ich hab einen richtig sexy Namen, weil mein Name natürlich nicht vergeben war. Alter, das ist eine Null, ne? Übrigens. Oh, lol. Ihr könnt mich alle enden, Alter. Wir spielen dann mal Fortnite zusammen im Jahr 2084 oder so. 0SK198. Ach so, kein I. Brosk. Ja, ja, genau. Deshalb sag ich, ich hab voll den geilen Namen, Alter. Abgeschickt. Okay, ist abgeschickt. Ist abgeschickt auf jeden Fall. Es reicht, wenn es von einem Team ein einziger tut. Es muss kein Duett sein. Oh, das können wir schaffen, Digga. Was müssen wir singen? Ein Lied? Wie? Wir gucken zu, wie andere fighten. Und einer von uns muss einfach dabei singen. Also zum Beispiel ich, weil meine Kamera sieht. Aber auch ein geiles Lied. It's coming home. Ja, man. It's coming home. It's coming home. Doch. It's too late to apologize. It's too late. Oder When I see you again. Das müssen wir machen eigentlich. Wenn wir einen Kampf sehen, dann stellen wir uns daneben und machen das. Lass mal auf ein Lied einigen. Ich hätte eins für... Wir fliegen ja ungefähr zeitgleich nach Malle. Lass nehmen... Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Aber das muss ja irgendwie auch zur Szene passen, oder? So ein bisschen schon, vielleicht. Also das ist bestimmt dann geiler. Ich weiß nicht. Groski is back. Das hier wird meine Teaster death. Wenn jemand über mich baut, habe ich ihn mit der Spitzhacke gehaut. Oder irgendein anderes Malle Lied, was irgendwie zu irgendwann einer Vernichtung... Saufen... Ne. Auf jeden Fall machen wir weiter. Häufiger Fortnite-Streams. Ich wage es tatsächlich zu bezweifeln. Falls ja, dann ja. Falls nicht, dann nicht. Also ich bitte euch nicht immer dann zu fragen. Wann gibt's wieder Fortnite? Vielleicht. Aber wahrscheinlich nicht, Freunde. Wahrscheinlich nicht. Der Digga. Aber es ist immer noch richtig, richtig scheiße. Wo bist du, Digga? Ah, du bist ja bei der Kartbahn. Ne. Wo bist... Komm zur Kartbahn! Ja. Ja. Warte eben. Ich will aber trotzdem was looten, Digga. Ich will hier nicht mit leeren Händen dastehen. Ja, ich habe eine Tommy Gun. Ich kann hier ein Big Shield mitbringen, Alter. Digga... Broski! Was geht's? Wo bist du? Ey, was ist los? Hier, guck mal. Ich habe direkt mitgebracht, Alter. Oh, Ehrenbruder Kylo! Warte, 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 warte. Ich muss da im Stream kurz was zeigen. Oh... Digga, du hast ja schon gelootet wie ein Weltmeister. Tötig. Ähm... Oh shit, meine, meine Bildschirme sind schwarz geworden. Alle meine Bildschirme sind schwarz geworden! Mein Spiel hat sich geschlossen! Laber nicht. Nein! 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 Laber nicht, bist du raus? Ja! Kannst du rejoinen? Ich probiere es, ich muss das Spiel neu starten. Bruder, du bist doch nicht allein hier, Alter! Bruder, das kann doch nicht sein! Muss los! Och, nö. Och, nö. Och, nö. Was soll das denn? War es mal wieder komplett? Komplett. Nein. Ich habe den Win schon vor Augen gesehen. Weil alle im Chat sagen, ich soll Vollbild machen. Egal. Ich hole ihn. Ich hole den Win. Mir guckt zwar keine Sau zu, aber ich hole ihn. Scheiße, Malaga. Vielleicht kann ich rejoin. Geh weg. Dass ich hier nicht mal zuschauen kann, ist schon easy an. Ja. Lol, 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 lol. Oh Gott, da geht es richtig ab. Versteck dich, Digga. Ich habe Schaden gegeben. Versteck dich. Versteck dich, Digga. Hier ist die Zone. Alter, ich habe wirklich gut Schaden gegeben. Oh, 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 oh. Oh, oh. Alter, vier, also so. Ja. Ich habe einen Kahn. Ja. Für die Ehre, Bruder. Ja, Mann. Ich habe einen Flame und kill. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ja, blau ist besser. Junge, ich habe einen Kahn. Ich habe elf Leben. Ich bin so am Arsch, Alter. Fuck. Ey, ach nö. Die Zone macht der richtige Auge. Vielleicht kann ich direkt weiter rennen. Ach du Scheiße. Lauf, Junge, lauf. Lauf. Schade, dass man keine Clips hier machen kann, Alter. Das hätte sich gelohnt. Alter, ich habe einen Kill. Hast du Tubo getötet, hat einer geschrieben. Du hast Tubo getötet. Ich habe Tubo getötet. Ah, 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 ah. Sorry, Bro. Warte, Tubo ist sogar hier. Zack, kann ich mir das angucken. Da liegt ein Medikirchen. Oh, nee, das war ein Automat, Bro. Warte, warte, warte. Ich höre mal kurz Tubo-Stream an. Ach, er hat eine Challenge gemacht, Digga. Du tötest ihn einfach. Ja, aber der hat zurückgeschossen. Ja, dann. Das ist für mich ein vollwertiger Kill. Oh, und sein Teampartner ist auch tot. Scheiße. Alter, aber wenigstens bei denen das Spiel nicht abgestürzt, Alter. Hier sind sie, hier sind sie. Ich sehe sie. Ja, warte eben. Oh, von der anderen Seite. Da sind noch andere. Ah, nein, oben, oben, oben. Da sind noch andere, die auch noch abgangen. Jawohl. Wo ist der andere von dem? Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Da hinten. Hinten durch. Junge, zwei Kills in deine Arschung, Alter. Boom, Digga, boom. Was für PC-Spieler haben wir in der Sochtung. Ich bin Ninja, Alter. Gib ihm Gun Game, Digga. Easy, cheesy gegönnt. Auf Trockenheitsbasis, Digga. Auf Trockenheitsbasis, Digga. Und so geht es später auch. Ich habe voll vergessen, irgendwie wie man baut gerade. Ich muss erst mal wieder voll reinkommen gerade. Aber jetzt läuft es flüssig, Digga. Ich gebe euch allen, Alter. Jetzt läuft es flüssig wie Wasser. Okay, wir sind drin, wir sind drin. Ich schille mich jetzt erst mal an dem Baum hier unten und mache kurz meine Hände trocken. Oh, Alter, läuft ja weiter, der Hurensohn. Och, die Zone schon wieder, Alter. Was ist das denn für eine Zone? Oh. Der aus links müsste doch gleich hier lang kommen. Hinter mir ist einer. Bitte lauf von mir vorbei. Ich sehe ihn. Ich schieße. Er ist unten. Hab einen Hit. Ich kann nicht bauen, Digga. Ich habe keine Munition mehr. Hab einen. Hast du auch ihn geholt? Digga, der hat 10 Minis. Nein, ich habe keinen geholt. Ich habe ihn nur zum Tanzen gebracht. Egal, komm, wir müssen. Hast du zwei gekillt? Nein, der war nur nocked. Hä? Aber wo ist der andere? Hier war noch ein schwarzer Mamba. Ist egal. Wir müssen los. Musst los, Bruder. Nimm die Schildis mit. Da ist einer. Außerhalb der Zone. Außerhalb der Zone. Welche Koordinaten? Der baut, der baut, der baut. Ich bin tot. Scheiße. Der Wichser, was kommt der denn noch? Kommt, baut, baut. Nein. Oh, schade, Digga. Der wird ja nicht gerechnet. Ja, ja. Bomb ihn weg, Digga. Bomb ihn weg. Aber bring dich nicht selbst um. Jetzt schieß. Ja. Schade. Schade, 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 Digga. Schade, schade, schade. Wir haben einen Kill. Digga. Wir haben einen Kill. Digga, du hast Hami getötet, glaube ich. Ich weiß es nicht. Soll jetzt echt? Ich weiß es nicht. Das war einer der besten neuen Spieler, den ich gekillt habe. Ist mir egal, Alter. Das hat so Spaß gemacht gerade. Endlich mal zu spielen. So, lass auf. Junge, ich habe da rumget... Ja, ich habe, weil ich ihn zum Tanzen gebracht habe. Wie so ein Trottel. Keine Ahnung. Weil ich hatte nichts mehr, Digga. Ich hatte keine Munition mehr. Egal, wir haben einen Kill. Digga. Dafür High Five auf die Nacken, Digga. Skull, skull. Genau vor der Nase. Welche Koordinaten? Nicht schlecht, Digga. Endlich mal konnten wir ein bisschen spielen. Da bin ich echt froh drüber. Ich bin echt happy. Ich bin auch nicht wegen Geld, Digga. Wenn mal irgendwann was funktioniert. Mhm. Und ich nehme einen Busch. Geht ein Busch und Dings? Das wäre jetzt perfekt, Digga. Busch und Einkaufswagen. Granaten nehme ich auch mit. Granaten nehme ich alle mit. Nimm mich alles mit, Digga. Was ist denn? Ich laufe jetzt mal hier einem hinterher. Was? Was ist die Mission, Digga? Was ist die Mission? Ich laufe mir jetzt einfach mal mit dem Einkaufswagen hinterher, Digga. Bitte geht das? Ja! Hu, hu, hu. Nein, ich werde sterben. Ich werde sterben. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ja. Ja. Nein. Fahrer, Junge. Nein, nein, ich bin zu jung. Ich bin zu jung zum Sterben. Nein, nein. Ich bin zu jung. Oh, hier ist ja gar nichts mehr los. Boah, soll ich mir den Loot einfach mal frech holen? Ich glaube, wir machen es in der gleichen Runde. Jungs, das ist... Auch ein fucking Turnier, was wir hier spielen. Ah, mein schönes Ding. Nohomo. Mein schöner, äh... Tschüss, was ist das denn? Ach, du Scheiße. Oh, leh, oh, leh, oh, leh, oh, leh. Mal sehen wir uns mal online. Mal sehen, wie lange noch. Tschüss. Wir Ark, wieahon wir uns mal übervielf Muden. Und zwar noch mal, wie oft andere이즈. Ich rufe weg. Und zwar gehen.